hallo und herzlich willkommen zurück zu mark of the ninja wir gehen mal hier rein ok ja das machen wir hier gerade ok 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 sehr interessant bitte einfach weg gehen ok du hast hier so und nach unten und töten und jetzt können wir wie ich gerade gesagt hier durchlaufen ok sehr schön jetzt können wir hier runter und weiter einfach weiter und töten es ist eben gerade noch relativ leicht ok kommentar könnt ihr schön lesen also stoppen und lesen und ich will es halt nicht lesen ok ihr könnt wieder lesen der transformat muss in der nähe und töten ok ich gehe lieber unten rum ok wir wurden gesehen hallo kann man nicht da hoch ok hallo hallo ok wurde mir gerade wieder entdeckt oder ich habe Angst ich habe Angst ok wir können jetzt wieder gesehen werden ok und töten und jetzt sind wir ganz schön im Arsch weil der sucht nach uns weißt es ist ich bin immer entdeckt ist ja nicht gut gemacht Jetzt sind wir wieder unentdeckt. Wir könnten uns eigentlich entdecken lassen. Oh, komm schon. Komm schon, das ist doch langweilig. Und unentdeckt. Und töten, jetzt ist der auch mal weg. Körper fallen lassen und hier reinlegen, und die Mütter ne, für mich ist es nämlich Müll. Und Heilupart, hier viel Spaß beim Lesen. Oh, und, ja, verstecken. Kurz warten. Nope, bin nicht okay. Und du bist auch tot. Aber das ist gut, weil hier ist niemand mehr. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Hey, was ist denn eine Statue jetzt da mit rum? Okay. Greifen. Ach, wir können auch angreifen. Das ist ja cool. Okay, cool. Geben wir hier mal runter. Okay. Aber man kann ja Lampen zerstören. Wie cool ist das denn? Okay. Vielleicht nicht in den Komplex. Einfach weiter nach. Oh, ist die Map groß. Hm. Was ist das? Ah. Geräuscheentwickler. Okay. Und. So, er untersucht es und ist tot. Körper fallen lassen bitte. Also nicht hier. Ah, Körper gesteckt. Okay. Also. Ich will nur Lampen zerstören. Das wurde mir gerade beigebracht, dass es geht. Ähm. Hä? Springe? Ach so. Ich glaube. Hä, wie? Springe? Und dann. A gedrückt halten, dass es springt. Hä? Ich verstehe es nicht. Was? Ach so. Wahrscheinlich so. So habe ich jetzt mal vermutet. So habe ich erst mal nicht entdeckt. Man kann auch schnell machen. Ja. Viel Spaß zum Lesen. So. Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja, was? Ja. Und töten. Ich bin mir manchmal etwas leichter. Aber... Ups, Quatsch, Tasse. Ist mir einfach wichtiger, dass ich unentdeckt bleibe. Okay, keine Ahnung, was das hier ist. Das sehen wir jetzt. Hä? Ich glaube eine Zusatzaufgabe. Okay. Äh, hier auch für die Challengeräume. Ah, es sind Challengeräume. Aber die... Hm, die wollten andere Musik, aber haben es nicht geschafft. Okay. 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 Ich verstehe. Ich brauche bestimmt irgendwie den Laser. Okay. Hier. Hier. Okay. 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 Ich habe keine Ahnung, was es mir irgendwie bringt oder so. Aber... Aber bestimmt irgendwas Tolles. Habe ich recht? Ja. Ja, haben wir schon gelesen. Ja. 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 mal hier. Okay. Ich gehe da runter. Wurde es mal hier runter. Dann kann ich das hier anmachen. Was bringt es mir theoretisch? Ich kann es hier lang verschieben. Wenn das an ist, dann ist der Laser oben auf. Die Pfeffing gerade ist auf. Jetzt muss man es nur noch wissen. Man kann es da oben entlanghandeln. Ich habe das Rätsel gelöst. Yay. Und gewonnen. Oh yeah. Ja. Ja. Okay. hier lang und und dann kurz warten und wo und runter und auch sehr schön ok hier wieder zum lesen blablabla blablabla und weiter kann ich ja stimmt ich kann ja rennen ups ok bringt das überhaupt was ok ich hab die falsche tasse gedrückt nein überhaupt nicht gut aber wenn wir schon dabei sind wenn wir eigentlich schon dabei sind dann können wir eigentlich auch die geräusche entwickler machen und die dann wenn sie mal jemand kommen egal ja 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 schon mal ja 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 Und Wandsprüngematten. Nope, Toshi ist tot. Hallo. Oder einfach töten. Das geht auch immer. So. Und Autofakt holen. Und lesen. Wer will, ich hab nämlich gar keinen Bock. Ups. So, ich bleib mal unentdeckt. Ich bin schneller als du. Bitte sterb einfach. Natürlich müssen wir auch. Richtige Zeit machen. Toten. Tot. Gut. Ja, es wird wehrt. Gut. Pass mich. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ich bin hier nicht. Ja, ich bin direkt hinter dir. Ich wollte sagen, dass ich irgendwo in der Nähe bin. So. Und ich bin drin. Und lesen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wollt. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt wollt. Da, da. Da rechts unten kann ich nicht. Okay. Und töten. Danke. Ich geh mal hier lang. Oder ich geh mal runter. Und da ist nämlich ein Artefakt. Cool. Und töten. Äh, zerstören mal. Hallo. Hallo. Und töten. Und töten. Und töten. Töt macht was nicht gut? So. Und töten. Oh. Randmord. Der ist auch da. So. Ach, wie kann ich da nicht machen? Schade. Okay. Fortbewegen. Und oben lang. Dann. Muss ich überhaupt hier hoch? Und töten. Also irgendwie ist es hier. Töten. Ich muss da nach oben. Ha. Dann geh ich eben nach unten. Jetzt da oben hängen. Ach, man ist hier unten nur um hochzukommen. Oder? Ja, toll. Was für mich hier hoch geht. Yay. Wir wissen, was da links ist. Nichts. Okay. Langer Sprung. Und hui. Ja. Hm. Okay. Bleib da stehen. Find ich. Wenn ich. Mal lesen kann. Ja. So. Tots. Hey. Lampen. Und töten, bitte. So, ich schaff die 20 Lampen. Ja. Und 20 Lampen zerstört. Läuft. Jetzt sehe ich es ab. Lampen. Es ist voll dumm, dass sie nicht mal hier unten schauen. Hallo. Es ist voll dumm einfach. Oh, ich bin rot. Ja. Ich will da rüber klackern. So, er ist abgelenkt. Gleich geht er da rüber. So. Und wir können ganz leicht töten. Ich will hier runter. Will ich überhaupt da hoch? Ich will mal da raus schauen. Und dort runter. Also. Das ist nur der Außenweg. Es gibt so viele Wege. Einfach. Überall hinten. Finde ich ganz gut. Ja. Überall hinten. Überall hinten muss ich. Ach, ganz nach oben. Ja. Ich habe es gehört. 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 18.4. Die Kraft ist noch einmal zurück. Okay. Fuck. Bald weg. Okay. Gut. Jo und richtig rum und keine Ahnung was das hier ist. Wir machen die Mission dann beenden wir aber ich sollte mal gescheit machen. Ja, Power ist fast wieder da. Richtig töten und tot. Sehr schön. Ich brauch dich einfach. Denn ich hab keine Ahnung wo ihr hinsichten müsst. Ach da runter. Da, die zweite. Ist ja schon nur ein Leben verloren diesmal. Ich bin bald da. Wie soll ich nicht? Wie soll ich nicht? Wie soll ich nicht? Okay. Da oben war ja. Wie soll ich nicht? Und Prost. So, jetzt hab ich immer ne Wache. Oder. Sehr schön. Hat richtig getacht. Und jetzt geh ich hier raus. So, die Töte ist euch hier überhaupt den Töten. Ich hab keine Ahnung. 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 Komm schon rum. Ah, knapp knapp knapp. und drücken ok ich gehe einfach mal weiter wird mir zu riskant ich habe nämlich kein leben mehr hallo und geschafft wir haben es geschafft jetzt kommt ein cut ziehen und dann ist das ende der folge ok keine alarme keine feinde getötet keine feinde getötet habe ich nicht geschafft und das sehen wir im nächsten part so ich schau mal jetzt oh ok mal da kommen wir jetzt tschüss